Talos zum Gruße, werte Mitstreiter und ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Skyrim. So, jawohl, wir nehmen hier ein ordentliches, heißes, erholendes Bad an den heißen Quellen hier nahe des Ahnenschimmerheiligtums. Hier sind sie alle und erholen sich von Abenteuern und Schlachten. Wunderbar, und da dachte ich mir, steige ich doch glatt mal mit Rüstung rein. Dann wird die auch mal wieder sauber. So, dann können wir jetzt loslegen. Ja, ihr seht schon, jetzt chillen sie alle und betrinken sich, ne? Genau. Ja, natürlich, Bernd nimmt auch ein schönes, heißes Bad. Ihr seht schon, das gefällt dem. Man hält ja erstmal den Össl da rein. So, ja, ich hab mir gedacht, ähm, wollen wir dem Anführer der silbernen Hand mal, äh, na, das Handwerk legen. Hahaha, genau, so. Wollen wir ihn mal abmurksen. Und all die Gräueltaten der silbernen Hand dadurch, äh, ja, also an den Gefährten, sag ich mal, rächen. Und dem den Garaus machen. So, das ist hier auch gleich in der Nähe. Da wollen wir mal ganz schnell mit Bernd hinreiten. So, irgendwo hier vorne war das doch. Ja, hier ist nochmal ein kleiner Tümpel oder ein See hier mit Wasserfall. Oh, hier schwimmen sie auch rum, die Fische. Einmal kurz auf Tauchstation, Bernd wird draußen gelassen. Sven, jetzt fehlt's nur noch du. Wo bist der Junge? Na, ich warte mal kurz. Da ist er, wunderbar. So, einmal schnell speichern. Und dann geilert los. So, wie sieht's aus? Mal sehen, was uns hier erwartet. Was hab ich denn ausgerüstet? Ich weiß nicht, ob ich hier mal in der Bestiengestalt reingehen soll. Vielleicht machen wir das kurz vorher. Kämpfen wir uns erstmal zu dem Anführer der silbernen Hand durch und dann verwandeln wir uns in den Wehrwolf. Dann weiß er auch gleich, mit wem er's zu tun hat. Ja. Genau ins Gesicht. Wunderbar. Zweihändig verbessert. Ja, wir kommen dem Level 20 auch immer näher. So, ein Stahlpfeil. Und dann würde ich sagen, schmieden wir uns bald die Ork-Rüstung. Ah ja, okay. Und noch einen Schlüssel dazu gekriegt. Ja, und dann, wie gesagt, geht es gegen Alduin, den Weltenfresser. So, so, kleiner Vorposten hier. Wie das aussieht. Oh, oh, oh. Wollen wir mal speichern? Oder? Ja doch, ich würde sagen, wir speichern nochmal. Ja, da gehe ich ganz bestimmt nicht durch. Ich meine, wir schleichen uns zwar eh nicht an. Bei den Neun. Ja. Schon ziemlich erstaunlich. Ich wollte gerade sagen, das war aber nicht die, die gesprochen hat. Oder der hier. Ist das alles, was ihr könnt? Wo ist Sven, Mensch? Damit ich eure Sachen machen kann. So. Nicht mit mir. So. Ja, ich glaube, also alles brauchen wir nun auch nicht. Einen sammeln hier. Nur das nötigste. Stahlpfeil. Da kommt auch schon wieder der nächste. Ah, zweihändig verbessert. Wunderbar. Oh Mann, es geht gegen Level 90. Sven, komm, hauen kaputt. Ja. Haben wir immer wieder das Rückgrat durchtrennt. Na, von da oben werden wir beschossen hier. Was soll das denn? Ich weiß auch gar nicht. Ah, okay. Hier müssen wir lang. Bist du da schon da oben? Mann, weiß es nicht. Doch, dich kriegen wir. Ah, seht schon. Also ziemlich viel hier. Viele fallen. Jetzt kommen bestimmt Steine runter, ne? Das war ja irgendwie klar. Ich bin's, das Drachenblut und Mitglied der Gefährten. Oh, super. Och Mensch, beide gleich. Ich liebe diesen Schrei. Da oben warten schon die Nächsten. Ach, Krankheitsheilung habe ich da eben eingesammelt. Ja, gut, okay. Meinst du? Was darf das denn hier? Sven, hau sie alle platt. So, ich loote jetzt nicht alle durch. Denn das frisst ja auch ganz schön Zeit. Was haben wir denn hier? Noch einen Bogen. Ach, von hier wurden wir eben bespitzelt. Wer denn da so alles reingekommen ist. Da hinten sehe ich aber auch noch einen Durchgang. Den würde ich wohl gerne erst einmal durchforsten. Oh, das ist nur so ein kleiner Raum hier. Erwartet uns hier noch wer? Oh, wow. Ein Gold. Einen Kürbis. Und eine kleine Truhe. Wunderbar. So, Sven. Weiter geht's. Ja, wenn wir den Anführer der silbernen Hand dann getötet haben. Weiß ich nicht, ob es vielleicht dann erstmal wieder etwas ruhiger ist. Und dass die Gefährten in Sicherheit sind. Aber ich denke es mir mal. Ach, du meine Fresse. Irgendwie gefällt mir nicht, wie sich das hier entwickelt. Ja, sehe ich genauso. Hallo. So, wir lassen die mal kommen. Sven, was ist los mit dir? Komm. Hau drauf. Ja, sauber. Mensch. So. Machen wir den mal fertig hier. War das jetzt... Silberne Hand. Ne, das war er nicht. Ich weiß gar nicht, wo der wartet. Ja, nicht auf mich. So, Sven, komm. In einem Duell. Jetzt hat er mich ja eingepercht, ne? Das gibt's ja wohl nicht. Sven? Hast du keine Lust mehr? Oder ist er... Ah, er ist K.O. Wunderbar. So, wo ist der Volldepp? Oha. Okay, hier scheint er aber noch nicht zu sein. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie ergemein? Das ist aber verwinkelt hier. Oh, Mann. So, hier ist noch eine Truhe. Oh, wunderbar. Okay, best in Gestalt. Da ist sie. Hallo. Bleibt gleich liegen. Ah, da schießt schon wer. Sven, äh... Muss ich mich erst einmal treffen lassen, oder was hier? Damit der mal was macht. Schwere Rüstung. Oh, oh, ich glaube... Bald haben wir's. So, das blätter ich euch mal durch. Wieder mal was zum Lasen. Oh, wieder so ein langer Wälzer hier. Sven, machst du? Also, der lungert da hinten schon rum. So, den werde ich mal schnell looten. Oh. Hör doch, nimm auch mal mit. Na, Sven, packst du es. So, ich werde jetzt aber nicht alles mitnehmen, wie schon gesagt. Sakao? Läuft der davon? Dieser Chef? Irgendwie kommt mir das so vor, als ob der vor uns wegläuft. Auf jeden Fall werden wir ihm in der Bestiengestalt gegenübertreten. Sollen wir schnell speichern? Ich sag's euch, Leute, den killen wir so. In der Werwolf-Gestalt. Oh, ich glaube hier... Oh, ich glaube hier... Das kenne ich. Das habe ich schon mal irgendwie gesehen. So, da unten ist er. Ich werde mich mal schnell verwandeln. Ach du Scheiße, wie viel kommt denn da? Ich habe schon nicht leichter gelegt, als euch geklemmt. Oh. Ich sollte öfter so kämpfen. Oh Mann. Was ist denn jetzt los? Ja. Den hauen wir erstmal in die Fresse. So, ich muss mich aber auch mal wieder nähren. So. Blutgier. Verlängert. So, da ist er. Sven, geht in mir aus dem Weg. Zack, 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 zack. So, auf Wiedersehen. So, nähren. Oh, Blutsaugen. Ja, sammle Waldelfenblut. Und Blutgier verlängert. Wunderbar. Mh, hier schmeckt alles so gut. So, können wir doch hier runterspringen, oder nicht? Gameru, du Sack. Anführer der silbernen Hand. Oh, der hat sie ja drauf. Wir dürfen ihn nicht aufstehen lassen hier. Blutgier. Und dann wollen wir uns noch an ihm nähren. So. Und dann wollen wir uns noch an ihm nähren. Ah, ja, ja, gut. Okay, dann kann man, glaube ich, ja auch, wie gesagt, ähm, seine Wolfsfähigkeiten mit dem Addon, ähm, Downguard. Und dann kriegt man ja jetzt nun auch Punkte für den Werewolf-Skillbaum oder den Vampir-Skillbaum. Ich glaube genau, der ist auf B, also auf meinem, ähm, Pad hier. So, oh, Talente zu verbessern. Ja, wunderbar. So, nächster Rang. Du verursachst als Wehrwolf 50% mehr Schaden. Da knallen wir nochmal einen drauf. So, und da kommen immer, immer 50% mehr, oder wie? Wenn ich das richtig sehe. So, prima. So, dann müssen wir jetzt nur noch warten. Ich weiß gar nicht, ob man sich zurückverwandeln kann. Irgendwie. So, das soll jetzt erstmal gewesen sein hier. Ich kann leider auch als Werwolf keine... Doch, kann ich. Haha, ich kann Türen öffnen. Ich würde mir aber sehr gerne mal anschauen, was der hier hat. Der hat ja bestimmt irgendwas Nettes noch dabei. Und außerdem muss ich Sven irgendwie mal die Tür öffnen hier. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Jaaa, Sven, ähm, du weißt schon, was hinter dir da abgeht. Hahaha. Alter, Säbelzahntrieger. Mist, wie. So. Sven, ich glaube, ich habe die gerade den Arsch gerettet hier, wa? Was? Ja, was? Der lauert hier die ganze Zeit hinter ihm und Sven steht da drinnen. So, komm, verwandle ich zurück, mein Freund. Ob, hier ist auch noch eine Truhe. Und als Werwolf kann man sowieso nichts öffnen. Außer irgendwelche Schalter, glaube ich. Aber mehr auch nicht. Von daher... ...muss ich jetzt kurz warten, bis ich mich zurückverwandle. Bis meine Blutgier aufgebraucht ist. Verab75-23-23-23-24-24-24-24-24-24-24-25-24-24-26-29-mu-AH- нав tay. Du sagst!